Hallo, ich bin der Dominik Bacher, Langstreckenläufer und Ausdauer Sportler Karikativer Aktionen. Ich habe die große Ehre, dass ich mit dem Alex für die Special Olympics Österreich Werbung mache, die heuer das erste Mal bei uns in Sportland Kärnten stattfinden. Von 12. bis 17. Juni ist der Alex als aktiver Athlet mit zudem 2.200 anderen Behindertenspitzensportlern auf 18 verschiedene Sportarten tätig. Und die Leute sollen einfach sehen, wir präsentieren das, dass diese Leute besondere Leistungen verbringen. Es ist für mich persönlich als sportlicher Partner der Special Olympics eine große Ehre nach außen zu bringen, was der Alexander Tag für Tag mit den anderen Sportlern leistet. Unter herzstock2014.at und auf meiner Facebookseite von Dominik Bacher findet ihr alle Informationen. Wir sind um jede Hilfe dankbar. Und wenn einer nur sagt, die Oma bockt einen Kuchen und ich bring den runter und jedes Handy klatschen, ist auch wirklich eine tolle Unterstützung für den Alex und die weiteren Sportler. Sportfrei auf ein tolles Sportjahr 2014. Was der Leiter